Hallo, hallo, morgen, morgen, guten Tag. Wir, die Ludolf und ihr Opel-Fans. Hier steht der echte Manta-Manta aus dem Film. Hi, da ist ein Geschoss hier. Ja, wir verlosen das Titelbild aus Blitzgeschichten. Genau, das verlosen wir mit Unterschriften. Wer da Interesse hat dran, der soll es bitte dann bei den Kommentaren unten reinschreiben. Und wer Interesse hat, an einem super Manta, beziehungsweise den Original-Manta vom Film zu sehen. Der besucht einfach Sky Automobile in Eschweiler. Und derjenige kann sich dann diesen schönen Manta dann auch mal live anschauen. Ja, und nicht nur. Wir haben auch das Fahrzeug von Evil Kniebel hier und noch mehr. Und den passenden Fahrzeug für den Uwe, da sieht man das, weil er nichts anderes machen kann. So ein Tret-Auto. Muss auch mal einblenden, guck mal hier. Tret-Auto. Ja, ist das auch was für dich, Tommi. Aber eins ist der Nachteil, der Manta hat keine Liegesitze. Boah, also kann er nicht mehr wegziehen, sonst muss ich vorbeinkommen. Da ist mein Ding dann. Also die Mädchen zum Uwe, der Rest die Jungs bei den Jungs rüber. Und den Rest machen wir schon. Ja, ja. Also unterstützt den Opel-Kalender, beziehungsweise von Blitzgeschichten. Die Adresse wird eingeblendet. Und ja, und wie gesagt, wenn einer sich den Mantra live hier angucken möchte, Sky Automobile, Eschweiler. So ist es. Ciao. Guten Tag. Und auf Wiedersehen. Bye, bye. Bye, bye. 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 Vielen Dank.